Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Doom. So, ich hoffe mal, das wird jetzt auch die letzte Folge sein. Und wir wollen ja hier unten noch das Secret haben. Okay, es war der Tyrant. Errungenschaft, okay. Äh, selbst separat erhältlich. Okay, gut, wie kommen wir jetzt hier wieder raus, ohne zu sterben am besten? Gar nicht. Ja, doch so. Gut, jetzt muss ich einmal noch bis ganz nach oben. Und da oben, da fehlen auch genau die zwei Sachen, die uns noch fehlen. Gut, das heißt, jetzt müssen wir einfach nur... Hochklettern. Kommen wir, was da wolle. Na komm, das schaffst du. Jawohl. Hauptsache, den Schädel nochmal einer auf den Kopf geben. Die Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen... Rufen, Agent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Franken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. So, einmal kurz hier zwischenjumpen. Diese Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals... So, ich muss nochmal kurz gucken, nicht dass ich schon... Ne. Gut, ähm... Das Leben nehme ich mir doch nochmal mit. Gut. Es gab einen Handel mit dem dunklen Fürsten. Die Maker sorgten Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekamen die Völler mehr Welten zum Verschlingen. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Okay. Und nochmal Leben holen. Mensch, das hat doch schön geworfen. Bist. Hast du da unten keine Lust? Kriegst du halt eben nochmal so einen mit auf dem Weg? Oh, nö, nö, Pinky. Okay. Hallo, Pinky. Lass mich mal kurz, äh, alleine, ja. So, ich muss mal kurz meinen Boost ein bisschen auffüllen. Der Pirate hat da unten keine Lust. Denn hast du jetzt Lust. So, einmal hoch her. Lust zum Zerkloppen. Und total in Luft auflösen. So, Pinky. Okay. Ich glaube, ich musste hier nicht alle kaputt machen. Um hier hoch zu kommen. Okay. Jetzt heißt es wieder Augen zerdeppern. Gut. Na, du Auge. So leicht mache ich dir das nicht. Ich gehe mal aus dem Weg, Mensch. Jetzt reiße ich dir den Brustkorb raus. Oh, und du bist nochmal. So, wir sind jetzt eigentlich auch so weit fast oben. Ja, da oben müsste dann auch der Tyrant sein. Und dazwischen müssten die letzten beiden Sachen sein, die mir noch fehlen. Also hier oben irgendwo auf dem Weg. Kann ich mich hier zwischen... Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Der Turm wird von zwei verskraften Titanen empor gehalten. Brich die Ketten. Lass ihn in die Quelle unten fallen. Okay. Musste ich nur zum Leuchten kriegen. Und ich habe noch ein extra Leben. Das heißt, ich habe jetzt gerade am meisten Chance, das zu schaffen. Okay. Einmal Leben nehmen. Money holen. Ja, biep, 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 biep. Ich habe keine Zeit für biep, 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 biep. Okay. Jawoll, ja. Okay. Jetzt kann mir auch alles egal sein. Das heißt, jetzt wird Ramy Demi gemacht. Okay, das war viel Ramy Demi. Egal. Wir haben noch ein Schwerz. Mit dem wir ganz brutal zuschlagen können. Okay, wir hatten auch das. Aber ich darf noch nicht auf die Ketten. So, einmal hier hoch. Danke. Uh. Das nehme ich doch gerne an. Eieieiei, hältst du was aus. Und du gibst nochmal Leben dazu. Habe ich gehört. Freiwillig. Danke. Nein, 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 nein. Ja. Der war knapp. Okay. Ich brauche mal Rüstung. Und. Muni. So, einen habe ich ja noch. Darf ich mal? So, und dann. Lass mal her. So, Aufsatz wechseln. Fällst du davon? Kritischer Schaden. Ja. Und. Bums. Läuft doch ganz gut. Hä? Ach, da unten. Sorry. Die verbrenne ich nochmal so. Halt dich. Du musst die Ketten brechen, den Arschen Transmitter zerstören und die Energiewelle nach Dörter teilen. Wollte er da jetzt sonst wohin? Aber okay. Erste Kette. Rüstung. Auch wenn ich sie jetzt nicht mehr brauche. Und letzte Kette. Die Kahnweger erweckt das Icon auf Sinn. Wir müssen uns beeilen. Und damit haben wir es auch endlich, endlich geschafft. So. Äh, abbrechen. Ich will sehen, wie ich's... Nein. Ich hab vergessen, unten die Dinger wieder zu holen. Nein. Ich war jetzt einfach zu voreilig, weil das jetzt mit der Herausforderung geklappt hatte. Nein. Ja, Fehler sind menschlich, würde ich sagen. Es fehlen immer noch zwei Sachen. Und die sind ganz, ganz am Ende. Und warum fehlt... Achso, weil ich die hier jetzt hier nicht... Äh? Hä? Wieso fehlen... Hier fehlen doch nur noch die beiden. Die fehlen mir nicht. Die hab ich nicht einges... Äh? Okay. Da war ich jetzt wirklich ein wenig zu voreilig. Das heißt, wir müssen... Ja. Wir müssen das ganze Level nochmal machen. Ja, wir speichern das erstmal. Es fehlt doch nicht mehr viel. Es fehlt doch wirklich nicht mehr viel. So, Mission auswählen. Ja, Teil 2. Da dürfen wir jetzt noch einmal spielen. Okay, aber ich werde das jetzt... Ununterbrochen. Ich werde da jetzt so durchjumpen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Zitadelle befindet sich die... Zup, zup, zup. Na, wollt ihr alle mal? Fett, beseil, schnrot. Und du gibst Munition zurück. Okay. Hier einmal hoch. Hier einmal hoch. Das waren ja auch ein paar Rüstungspunkte wert. Das hat gut gesessen. Natürlich. So. Muni her. Ja, Rüstung nehme ich noch kurz mal mit. Dein Volk ist zum Leiden bestimmt. Ja, mein Freund ist zum Leiden bestimmt. Zack. Den hat schön zerseil weg. Und hier brauchen wir einmal Munition, bitte. Halt. Hier. Äh, wo bin ich hier gelandet? Ihr wollt mich nicht mal meine Rüstung einsammeln lassen, wa? Götz. Äh, brauche ich später noch? Nee, komm. Wenn schon, denn schon. Oh, natürlich weißt du noch mal im letzten Moment aus, Kollege. Und jetzt biegen wir jetzt hier mal durch. Was denn da? Dich hätte ich eigentlich nicht gesucht. Okay. Die mich schon wieder nicht durchlassen wollen. Kütischer Schaden. Das ist blöd, wenn du als zwei zählst. Aber egal. Sehr schön. So, jetzt hier schnell nochmal Muni holen. Äh, wo ging's weiter? Hinten ging's weiter. Falsche Seite. Hier. Ah, die Stelle kennen wir ja schon. Oh, und ich hab keine BFG-Munition mehr. Das ist rohe Argent. Ja, das ist rohe Argent Energie. Gib mal kurz Munition. Ich wollte grad sagen, hab ich dich nie gewischt. Gut. Bombs. Halt. Ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte einmal nur kurz Munition haben. Okay, den hat's zersammelt. Super Schrot. Ich weiß, was kommt. Lüstung sag ich auch nicht nein. Na, komm. Ja, das ist so mies, wenn man an einer Wand steht. Dann hat man immer wenig Chance, ihm auszuweichen. Oh Gott. Das wird mich gleich mein Extra-Leben kosten. Ich hasse diesen Typen einfach. Zumal er kommt mit Absicht drangerutscht. Natürlich. Das wird so nichts. Ich brauch die Munition für die Super-Schrot. Nimm ich erstmal die hier. Da hinten, das war noch nicht mal mittlere Reichweite, ja? Jung. Kommt schon. Jawoll. Und jetzt stirb einfach. Hi. So. Einmal alle hier. Hopps. Hoch hier. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Oh, eigentlich kann ich ihn da lassen, wo er ist. Dort hinten müssen wir hin. Gas geben. Flupp, 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 flupp. Au. Okay. Und noch einen höher. Und raus hier. So. Nein, ich dachte, das Video wird zu kurz. Die Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen... ...Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Ferngen und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. Und denen, die runterfallen, äh, nochmal Neustart. So, einmal hier zwischen. Diese Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten und ein Lämon niemals ördet. Argent de Nure war für die Maker Elementar. Die Hölle wusste von dieser Maschinerie. Es gab einen Handel mit den dunklen Fürsten. Die Maker sorgten Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekamen die Völle mehr Welten zum Verschlingen. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Okay, einmal ins Auge hier. Und den Rest machen. So, gib mal kurz ein bisschen was her hier. Weil die Leiche da im Weg stand, hast du jetzt keinen Schaden gekriegt? Ja, gut. Und du, fress dein Herz. Lass es dir schmecken. So, dann einmal hier durch. Zack. Ah, man merkt, jetzt krieg ich langsam Routine rein und verkacke es trotzdem. So. Äuglein. Äh, das, 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 das schießt schon auf mich. Nicht fair. Danke für die Rüstung. Du bist kein Auge. Du aber. Okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch durchgecharged gekriegt. Sieht gut aus. So, super Schrot. Schwert nehmen wir mit. Das muss er irgendwie von, von unten. Das heißt, wenn ich die Ketten gemacht habe, muss ich ja von unten irgendwo rein kommen. Weil ich kann mich hier zwischen nicht wirklich bewegen. Und hier drunter ist es halt. Der Turm wird von zwei versklaften Tütern. Okay. Na, lass mich doch mal vorbei hier. Ah, das ist immer nervig. So. Okay, den hat es gut gesägt. Okay, was nehmen wir jetzt? Äh, oh, drei. Ja. Das war, denke ich mal, ein bisschen verkehrt. Aber trotzdem okay. So, kriegen wir die 60 auch voll? Würde ich meinen. Okay, und noch ein. Vergiss es mich, kriegst du ihn so leicht. Auch nicht. So. Hier ziehe ich mir kurz die Hörnchen lang, ne? Okay, Superschrot. Das war's mit der Superschrot. Und her mit dem Herzchen. Oh, da kommt gleich wieder kritischer Schaden. Das war verkehrt. So, gib mal kurz Munition. Mir geht die hier gerade komplett aus. Nee, nee. So einfach will ich es nun wieder auch nicht haben. Aber so einfach. Und raus mit deinem Äuglein. Stimmt, das war ja der. Da würde ich das brauchen. So, und dich bringen wir doch einfach mal zum... Klatzen. So, Aufsatzwechsel. Okay. Ich brauch dringend... Irgendeinen kleinen oder so. Warum haben wir hier nichts mehr? Oh, da habe ich mich selbst zerstört. Nein. Da habe ich mich selbst zerstört. Okay. Mal aufsammeln hier. Ja. Bip, 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 bip. Keine Zeit für bip, 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 bip. Mehr aus der Sonne. Okay, den hat es schön zersägt. Oh. Okay. Dann machen wir es halt so. Ei, ei, ei. Und leben bitte. Stopp. Gut. Ja, hat es geschmeckt. Finde ich auch. Wo seid ihr denn alle? Immer dann, wenn ich das Ding hier auflade. Okay. Den hinten habe ich schon mal ordentlich was zersägen können. Ah, jetzt haben wir ihn. So. Ein Kopf weniger. Okay, ich brauche einen Muni. Gib mal kurz eine Munition, bitte. Also, war schon richtig. Wie, nicht genug Treibstoff. Ach, Mann. Dann nehme ich dich jetzt als Munition. So. Gehe ich nochmal als Leben. Oh, er blinzelt. Randa. Zerhacken. Uh. So, jetzt dürfte er nur noch das Kleinfiel hier übrig sein. Was man auch wunderschön zersägen kann. Jetzt, beeil dich. Du musst die Ketten brechen, den Arjun-Tanzmittel zerstören und die Energiewelle nach Oterkeiten. Okay, jetzt ist das ein bisschen weiter nach unten gezogen. Das öffnet aber mir das da unten nicht. Und soweit ich da hinspringe, bin ich instant tot. Ich darf doch nochmal, oder? Danke. Gut, dann machen wir jetzt erst die Ketten. Jetzt gucken wir nochmal. Eine Kette haben wir. Oder müssen wir beide Ketten machen, damit wir da unten reinkommen? Weil es geht ja nur von hier aus. Man kann ja da gar nicht zurück, oder? So, jetzt will ich da nicht wieder reinjumpen. Es ist halt immer noch zu. Wie soll ich das aufkriegen? Ich sehe sonst auch keine andere Möglichkeit. Also der Fahrstuhl. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich mir den Fahrstuhl vielleicht nochmal zurückgehen kann. Jetzt zu unten. Das gibt's nicht. So simpel. Aber es sind die letzten beiden Icons, die uns hier noch fehlen. Jetzt dürfte eigentlich alles abgeschlossen sein. Ich gucke extra lieber nochmal nach. Herausforderung ist soweit okay. Und auf der Karte wird mir auch angezeigt, dass ich alles besitze. Dann können wir jetzt das Level endgültig abschließen. So. Wunderbar. Endlich. Jetzt können wir auch sagen, Doom ist durchgespielt. Ja. Hat am Ende halt wirklich nochmal ein bisschen... Ja, sagen wir mal, gefehlt. Aber... Okay. So. Und hier nochmal. Endlich alles fertig. Okay. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch von diesem LP her. Oh. Das hat sogar nochmal ordentlich Punkte gegeben. Und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt. Hoffentlich schon bald wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.